Ein Pilz, ein Messer. Was kann das nur bedeuten? It's time for magic. Jetzt schneiden wir den Pilz hier nämlich mal durch und sehen was wunderbares. Das hier ist nämlich der Kornblumenröhrling. Das ist ein Röhrling, der ist ziemlich filzig von der Hutoberfläche, auch vom Stiel her. Ist so ein bisschen hellbraun bis gelblich von der Farbe her. Und wenn man den durchschneidet oder irgendwo verletzt, dann wird er halt richtig intensiv blau. Also ist wirklich optisch ein wunderbarer Pilz. Da sieht man mal wieder, was die Pilze so alles können. Da ist nämlich ein Stoff drin, Gyrocyanin. Und der oxidiert, wenn man den Pilz eben beschädigt. Und dadurch wird der Pilz so blau. Also ein kleines chemisches Feuerwerk geht da im Wald vor sich. Kann man auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn man den Pilz irgendwo findet.